Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge im Tutorial hier im Giant City Tour. Ja, heute werden wir mal starten mit den Straßen und hier ein bisschen Straßennett schon mal reinbringen. Das ist eine relativ undankbare und langwierige Arbeit, die Straßen setzen, muss man leider wirklich so sagen. Da gibt es weit schönere Arbeiten, die aber leider eben erst später kommen. Und ja, deswegen werden wir jetzt zumindest mal die ersten Kniffe und die ersten Geschichten mit den Straßen hier machen. Ich bin jetzt gerade wieder hier oben an meinem vermeintlich irgendwann mal entstehenden Hof. Hier auf dieser Fläche ist er relativ groß noch, das Ganze, aber ich werde mir das jetzt mal so anlegen hier. Und ja, auf meinem rechten Bildschirm habe ich gerade die Map, die PDA der Bielefeld mal aufgemacht. Denn ja, da ist das Straßennetz eigentlich schon relativ gut. Da hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, ja mal einen anderen Weg zu wählen, was im LS dann doch relativ viel Abwechslung bringt. Das fehlt ein bisschen auf der Bindelbach, die habe ich gerade auch offen, die PDA zum Vergleich. Ich kann euch das jetzt mal hier in den Bildschirm reinschieben. Und das ist im Endeffekt die PDA von der Bielefeld in dem Fall. Und zum Vergleich, hier ist das Straßennetz der... Ups, kann man doch gar nicht. Achso, naja. Ja, das ist das Straßennetz der Bindelbach in dem Fall. Und da sieht man auch, die Bindelbach hat eigentlich noch nicht mal ansatzweise ihre volle Größe. Also da ginge noch weit mehr, wenn man es denn möchte. Wir werden so eine Mischung machen. Nicht ganz so viel wie auf der Bielefeld, nicht ganz so wenig wie auf der Bindelbach. Vor allem, was wir nicht so machen werden, sind so endende Straßen. Also zwar schon, dass mal eine Straße hier rausgeht und in einem Tunnel endet, aber nicht zwingend so wie hier, dass wirklich fast jede Straße eigentlich irgendwo in einem Tunnel endet. und nie ein Kreislauf irgendwo möglich ist. Das wird man nicht ganz machen, deswegen mache ich jetzt die auch zu. Hier sieht man, auf der Bielefeld ist einfach sehr, sehr viel im Kreis Gefahre möglich natürlich. Hier haben wir ganz oben eine BGA in dem Fall. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen die Straßen an unser Terrain anpassen. Und ja, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Ich ziehe mir das wieder auf meinen rechten Bildschirm, dass ich sehe, wie es ungefähr aussieht. Und gehe hier, glaube ich, mal in eine etwas höhere Position. So, wir werden hier einen guten Streifen freilassen hinten. Da kommt dann noch Bewaldung oder Häuser oder, oder, oder hin. Also, dass man nicht ganz so direkt auf den Feldrand, äh, auf den Maprand in dem Fall dann schaut. Also hier wird ein bisschen Wald hinkommen. Und der Rest wird in dem Eck dann mit Hallen zugemacht. Und ja, das werden wir jetzt mal machen hier. Wir importieren mal Straßen. Schau jetzt mal, was haben wir denn da Schönes? Genau, da habe ich ein ganzes Pack jetzt, äh, ist von Frabelle Modding. Ähm, ähm, da kam schon mal die Info, ja, hey, äh, ist sehr cool mit den Straßen. Aber ich verstehe kein Französisch, keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ähm, ja, ich habe das Ganze mit dem, ähm, Google-Übersetzer mir übersetzen lassen. Ist natürlich nicht ganz so geil, weil der nicht wirklich so toll hier übersetzt. Aber es reicht, um das Richtige zu finden. Also da einfach mal die Funktion mit Google-Übersetzer Internetseite übersetzen. Dann ausprobieren, dann sollte das auch gehen. So, ich nehme jetzt das New Road Pack und das Cobblestone Road Pack. So, jetzt haben wir die beiden hier. Dann machen wir uns mal wieder eine Transform Group. Und diese, kann man das eigentlich hier? Ne, kann man hier nicht. Also hier drüben, Attributes. Und nennen das Ganze Straßen. So, nicht unbedingt Umlaute oder scharfes S oder sonst was hernehmen. Das mögen Programme mit Programmiersprache nicht so gerne. Äh, scheiße. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Genau. Ich habe nämlich statt Steuerung und C, äh, Steuerung und V, habe ich Steuerung und C gedrückt. Somit sind die aus meiner Zwischenablage weg. So, jetzt aber nochmal Steuerung X und dann hier Steuerung und V. Und jetzt laden wir uns nochmal die Cobblestone und ich nehme da Use Cobblestone, öffnen. Und auch hier Steuerung und X und bei Straßen Steuerung und V. So, jetzt wundert ihr euch, wo sind die Straßen? Die liegen in der Regel immer unter der Map. Ähm, wir können hier mal zum Roadpack hingehen. Genau. Und da haben wir es nämlich jetzt auch. Upsala. So. Genau. Hier haben wir zum Beispiel die Cobblestone Roads. Und da ist eigentlich, wenn der Modder die Straßen richtig gemacht hat, dann ist das immer ein ganzes Pack. Ähm, das besteht aus verschiedenen Steigungen. Das besteht aus verschiedenen langen Steigungen, verschiedenen Kurven, verschiedene Radien von den Kurven. Ähm, und normalerweise auch Kreuzungen. Und die sollten hier eigentlich irgendwo dazwischen drunter sein. Ich kann sie gerade nicht packen. Warum kann ich die nicht packen? Was ist hier los? Ach, ich bin noch im... Äh, okay. Ja, geht natürlich schlecht, wenn ich noch im Terra-Editing-Modus bin. So. Hier haben wir jetzt Straßen. Ich wollte unbedingt welche mit Mittelstreifen. Ähm, die schauen für mich einfach schöner aus. Und, ja, sind für mich auch einfach die sinnvollere Variante in dem Fall. So, ähm, um das Ganze jetzt ein bisschen einfacher zu machen, dass wir hier nicht immer unter die... äh, äh, unter die Map reingriechen müssen, sozusagen, ähm, ziehen wir uns das Ganze hier mal hoch. Und über die Map drüber lassen die ein bisschen schweben. Ähm, und, ja, dann kann man sich hier im Endeffekt, ähm, hier drüben im Cinegraph, sieht man im Endeffekt, welche Steigungen, Kurven und, und, und das Ganze eben beinhaltet. Ich nehme mir jetzt mal, um hier zu starten, ähm, eine ganz normale Normal, 10 Meter Road. Und, und, die mache ich jetzt mit Steuer, also markiere sie, Steuerung und B, und dann setze ich mir die hier hin. So. Die sitzt jetzt eigentlich schon fast richtig, aber nicht wirklich richtig, also nicht 100 Prozent, denn sie sitzt noch zu hoch. Die muss einfach tiefer hier in den Boden rein. Und das sieht man jetzt auch schon, okay, hier ist ein bisschen Gefälle drin. Ähm, das ist in dem Fall. Jetzt kein Problem, aber es ist natürlich blöd, wenn man hier jetzt schon anfangen muss mit Steigungen und Senken. Aber das hilft jetzt leider nichts. Da müssen wir durch. Ich mache es jetzt nur eines, und zwar weiß ich ja, dass das Ganze eben nach hinten her abfällt. Jetzt drehe ich mir das Ganze schon mal so, wie ich es gerne hätte. Und, ja, dann geht es hier los, dass man sich das Ganze einrichtet mit den Winkeln und, und, und. Ja, das war ein bisschen zu viel hier. So. Und dann das Ganze hier wieder, ne. Ein bisschen rausziehen. Das war jetzt drunter. Okay. Ich mache das immer gerne mit den Zahlenwerten dann. Und schaue einfach mal, was passiert hier, wenn ich den Wert wie verändere. Ja, so, 180 ist zu viel. Dann gehen wir hier mal auf 179. Das ist immer noch zu viel. Das heißt, wir müssen irgendwo bei 178, dann mache ich einen Punkt und mal eine 8 zum Beispiel. Das ist schon wieder zu viel. Also 7 oder dann 6 und dann schaue ich einfach mal hier seitlich, wie die Abdeckung hier so ausschaut. Und wenn das relativ gleichmäßig ist, dann habe ich den richtigen Winkel von der Straße erwischt. Und mache dann im Endeffekt, ich lasse die Ordnerstruktur jetzt in dem Fall hier so, wie sie ist. Denn wir haben hier eigentlich alles ganz gut aufgeteilt. Das Einzige, was ich mache hier bei Roadpack, mache ich jetzt noch, ja, wie nennt man denn das? Am besten Tear. Genau. Dann machen wir den. Diese Transform Group ist dann Roadpack Tear. Und die andere ist dann im Endeffekt eben Kopfsteinpflaster Cobblestone. So, wir nehmen die Straße hier und in dem Fall ist es jetzt relativ einfach. Wir duplizieren die einfach nur, also STRG und D und schieben die einfach mal hier vorne ran. So, und jetzt beginnt im Endeffekt das Fummelige. Denn um da keine, ja, keine Flacker-Geschichten zu kriegen, müssen die so genau wie möglich aneinander sitzen. Aber nicht überlappen. Das ist eben genau der, die große Kunst. In dem Fall, dass man das jetzt hinkriegt, hier sauber zu setzen, ohne eben hier irgendwie großartig, na, hilft mir, eben hier nicht zu überlappen. So, weil eben das Problem ist, beim Überlappen fangen die Texturen ins Flackern an. So, jetzt schauen wir mal hier schnell, was ist das? Patch Air 5 Degree. Okay. Ah, okay. Der Modder hat sich wirklich mal Mühe gegeben. Das ist eine verdrehte Straße quasi. Das heißt, mit diesem, äh, mit dieser Straße könnt ihr auch in schräge Bahnen gehen. Und das ist sehr, sehr hilfreich bei manchen, äh, Terrain-Anpassungen. Das ist sehr cool. Das Einzige, was mir jetzt irgendwie fehlt, sind... Okay, hier haben wir noch 20 Meter. Also, das heißt, wir können hier auch eben dann lange Straßen hernehmen. Wollte ich jetzt in dem Fall aber nicht, weil ich da hinten gerne eine Kreuzung gleich mal einsetzen möchte. Da muss ich mir jetzt dann eh gleich mal hier noch was mit reinholen. Und zwar importiere ich mir jetzt mal ein Gebäude. Okay, ist relativ egal welches. Es geht einfach nur da drum. Haben wir da irgendwas? Nein, ist eigentlich wurscht. Nehmen wir den Unterstand. So. Dieser Unterstand ist doof, weil da ganz viele einzelne, ähm, Transform Groups, oder beziehungsweise in dem Fall lauter einzelne Polis. Und das ist echt bescheuert. So, Unterstand, äh, V2. So. Dann nehmen wir nämlich das alles hier. Sagen Steuerung und X und dann Steuerung und V in den Unterstand hinein. Und diese ganze Transform Group setzen wir uns hier mal hin. So, und jetzt kriegen wir ungefähr einen Anschein, wie groß das Ganze hier ist. Also der Unterstand ist ungefähr, ja, für drei große Traktoren. Ähm, damit hat man jetzt schon mal so ein bisschen einen Überblick. Man kann sich da natürlich auch noch, ähm, ja, noch mehr Gebäude reinholen. Ich wollte eigentlich grundsätzlich erstmal das Straßennetz machen, wobei natürlich auch, wenn man natürlich den Hof hat, ist es einfacher, dass man irgendwo so ein bisschen die Größenverhältnisse hier richtig einschätzen kann. Jetzt habe ich nur hier, habe ich noch gar keine Gebäude mit rein. Hauptsache Multifruit ist mit drin. Ne, habe ich noch gar nicht wirklich. Oder Objects. Äh, ne, ne, ne. Okay, okay. Hm, also Gebäude könnte man einfach mal, nehmen wir doch einfach mal Gebäude. So, ähm, dann, dass sich jeder was darunter vorstellen kann. Machen wir das Ganze jetzt einfach so. Ist zwar jetzt etwas unkonventionell, aber wenn es hilft, den Kartoffel wascher. Ja, so, jetzt haben wir ungefähr eine Größenordnung, wo wir wissen, wie groß das Ganze wird. Und ich glaube, die Straße, da habe ich gar nicht so schlecht gesetzt. Denn, ja, hier möchte ich eigentlich so in dem linken Bereich noch Hallen hinstellen. Hier hinten Hallen. Und, ja, in die Mitte mehr oder weniger dann das Bauernhaus. Und, ja, hier hinter in die Richtung, beziehungsweise oder in die Straßenrichtung, dann die Kühe verbannen. Ähm, die sollen nämlich am Hof bleiben. Hätte ich zumindestens vor. Und, ja, so haben wir zumindestens jetzt schon mal ein bisschen einen Überblick hier, wie groß das Ganze werden muss. So, jetzt gehe ich nochmal zu den Straßen, denn mir fehlt irgendwie eine Kreuzung. Das ist eher blüht. Ähm, ich war bei denen. Ich war bei denen. Hoch, runter, normal, patch, patch, patch links, 1, 2, 3, 4, 5 Grad. Gibt es da echt keine? Jetzt, jetzt macht er mich aber wirr hier. Oder baut er sich die Kreuzungen aus Kurven. Das wäre dann eher blöd. Beziehungsweise schauen wir mal, was dann noch so in dem Ordner rumfliegt. Denn das sind ja ganz viele Sachen drinnen. Ups. Noch eins zurück. Straßen. Das ist eigentlich nur das, genau. Achso. Intersection. Segments. Ah, okay. Alles klar, also die sind extra. Dann machen wir doch die Kreuzungen hier noch mit rein. Und, naja, jetzt macht das Ganze Sinn hier. Oh, okay. Das ist mal eine große... Das kann man hier mal machen, ne? Crossman T. Genau, die bräuchte ich bitte. Und die... Ja. Weiter Weg hier von der Mitte bis zu... Bis zu unserem Ding hier raus. So, setzen wir uns die mal hier hin. Und dann haben wir nämlich schon mal hier zumindest unsere erste Kreuzung liegen. Aber ich sehe jetzt gerade, das wird mir hier vom Platz her ein bisschen zu knapp. Deswegen haue ich jetzt da doch noch eine 20 Meter Straße hier mit rein. Und das sieht man schon, beziehungsweise, ne, sieht man nicht, denn... Was haben wir da? 178.6 war es, glaube ich. Schauen wir mal, ob das so... Normal müsste das nämlich von der Höhe her passen hier. Tut's nicht. Okay. Alles klar. Und ich habe, glaube ich, gerade den falschen Wert hier verändert. Ups. Das ist natürlich nicht ganz so optimal. So. Auf jeden Fall kann man hier das Ganze anpassen. Und ich empfehle es euch nur, von dem Punkt, wo ihr schon Straßen gesetzt habt, immer euren Pivot Point zu setzen, damit ihr von da aus dann wieder alle Straßen anpassen könnt. Denn, wenn ihr das Ganze jetzt dreht und im Endeffekt hier an der vorderen Seite hier anschließen müsstet, da kriegt ihr einen Vogel. Das dauert so lange, bis man das wirklich sauber angepasst hat. Von dem her, ja, kleiner Tipp am Rande, da wirklich lieber die Straßen drehen und hier im Endeffekt dann so sich anpassen. Das geht weit einfacher als... Ah, okay. Das war der falsche. Ups. 180 brauchen wir da. Ja, das geht weit einfacher als irgendwie anders, das Ganze hier zu machen. So. Ich werde hier mal weitermachen mit den Straßen. Und ich denke, hoffentlich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da wird man dann hoffentlich schon mit ein bisschen Hof anfangen. Schauen wir mal. Ich denke zwar eher, dass wir wieder Straßen machen werden, aber mal gucken, wie weit ich komme. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.